Ja, dann kommen wir zur einfachsten Konfiguration mit zwei Rechnern, die es gibt. Das ist Client 1, Client 2. Ich mache das gern so, dass ich sage, IP-Adresse als Namen verwenden. Dann wird die hier entsprechend angezeigt, hier auch. Und hier muss ich dann nicht jedes Mal draufklicken und schauen, was ist das für ein Rechner. Wenn ich jetzt die zwei miteinander verbinden will, brauche ich ein Kabel. Einmal Klick, zweimal Klick, schon sind die miteinander verbunden. Mit einem Rechtsklick komme ich aus dem Befehl wieder heraus. Und ja, jetzt weiß ich, ich darf ja nicht zwei gleiche Computer, also mit gleicher IP-Adresse im Netzwerk haben. Drum gehe ich hier einfach nochmal drauf und ändere die IP-Adresse hinten zu 11. So, und jetzt kann ich das mal ausprobieren im Aktionsmodus. Klicke da drauf, dann auf diesen PC klicken, Softwareinstallation. Und ich wähle jetzt einfach die Befehlszeile aus, sage Änderung übernehmen und kann mit der Befehlszeile arbeiten. Jetzt kann ich schauen, ob ich von diesem Rechner auf diesen komme, indem ich ein Ping des Test durchführe. 192, 168, 0 und die 11. Schauen wir mal, ob ich das anpingeln kann. Genau, und jedes Mal, wenn so ein Ping hin und her geschickt wird, sehe ich auch kurz dieses Kabel grün aufleuchten. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren. Okay, viel Spaß beim Ausprobieren.